Hallo und herzlich Willkommen bei einem weiteren Part Let's Play of Legends als Nasus Top gegen Shen. Nehme ich mal an. Können auch Elise sein. Ich lass mich überraschen. So, ich muss das Spiel durch Nasus anzufangen. Deswegen werde ich einfach mal mit Schuhe, einem Watch und das Zeug anfangen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann wirklich nicht sagen, ob Elise ist oder Shen Top. Wenn ich Elise Top habe, wird es ziemlich ekelhaft. Weil Elise einfach nur OP ist. Es sei denn nicht wie Elise, dann ist das natürlich was anderes. Dann ist sie natürlich, wenn ich das Spiel schlecht. Oh was. Komm, komm. So eine Sau. Oh, komm. Oh, komm. Minions haben spawnt. Das ist ein kleiner Po. Wenn es dein Wiss ist. Ich muss mich echt nachdenken. Ich muss den Ninja, aber ich habe mir mein Wort gewastet. Das ist ziemlich nervig. Ich kann mich nicht sagen. Okay, Elise. Liste Support. Ja, wir sind immer noch hier, Alter. Sie müssen mich verarschen. So. Da kann ich nicht viel machen. Super. Ich liebe es. Nein. Machst du nicht. Ich weiß, was du vorst. Ach ja, das war langweilig. Game Everhoof. Farmen. Farmen. Und Farmen. If it is your wish. Hey, da klappt es mir nicht so ein Messer ins Gesicht. Es geht mir voll auf die Klöten. Es soll aufhören. Es soll aufhören. Nur kein Mono. Deswegen kann er seine Skills Spam und so weiter und so fort. Ich weiß, was du nicht vorst. Das ist ein Messer. Ich habe bereits gewaltt. Ich habe Lazar und so langweilig seria ein Messer. Ich habe mehr Farben. Gefällt mir noch mehr. Ich muss da langsam mal merken, dass es nur Verschwendung ist. Nein! Ich glaube den Last ist versammelt. Du gehst mir auf den Sack ohne Scheiß. Ja, warte noch bis ich mich hochgeformt habe. Das Gute ist einfach nur, ich habe extrem viel Lifespiel durch meine Passive. Lifespiel, ja. Lifespiel durch meine Passive. Das Laning gegen den ist etwas angenehmer. Ah, das wird nicht lang. Ah, wegen dem dämischen Schild noch. Was er ja auch alle 50 Sekunden, äh, 5 Sekunden ready hatte. Naja. Na, für Dott zu ganken wird glaube ich nicht... Schau umsch... Haben die irgendwie keinen Midlaner? Ja die haben keinen Midlaner Und gefragt warum die sind so... lol Das war gut Shen... 6... ne nicht 5 sondern 6 It is never a man Ken du gehst mir auf den Sack Machst du so wie Schaden mann ohne Witz Ach 22 AD warum nicht Wenn du sonst keine Hobbys hast Was ist denn da? Ah trotzdem Flash mit Haa Nu ja Oh Sei voll nicht so gesund Shen Ich wusste es Ah Teleport mit Hm er bringt das nichts wenn ich jetzt push Ah es bringt schon was aber Nicht das was es bringen soll Macht aber nix Wie sieht es mit Form aus? Ähm Wenigstn das klappt Es ist kein Guerre Mach es Aber da hab ich überhaupt nicht gefunden Das ist der Sinn Und wenn es nicht mehr gibt Glaub ich jetzt Ich verzieh mich lieber mal Was hat er sich jetzt geholt? Armour und Leben! Genau das was mich richtig abfuckt Adriana ist tot Super Äh nein das hol ich mir nicht Das hol ich mir Ich hätte jetzt auch lieber gern nochmal Armour oder sowas Problem ist nur Das Oriana wieder da ist Kann ich nicht so weit pushen Weil er diesen jetzt wahrscheinlich ganken wird Tatsache gefällt mir nur nicht dass er grad höher vom Level höher ist als ich Oh Das wird lästig War mehr Shen Ich bin einmal wieder Nasus Und irgendwas Und irgendwas Was mich wieder übelst Oder sowas Das ist echt so nervig zur Zeit Der Tod Der Tod ist Aber naja So lange die sie nicht ganken Kommt dürfte mich dann Nasus nicht kennen können Ach der Shen Probier's mal Und ich mach dem kein Damage Wie erwartet Ja da poke mich einfach Da poke mich einfach zu Tode Ernsthaft Das ist so nervig Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es einfach Das wusste ich natürlich nicht Aber das wusste es nicht Aber das wusste es nicht Und meine Lastie ist einfach OP Ich hab nur Glück Ich hab nur Glück dass der Shenker nicht geneigt hat Oh fuck Oh mein Pin geht wieder hoch Nein Lass mich in Ruhe Oh Mh Schwimm einfach Dings hier Mercurys Fertig Noch einen Ward Und dann zurück immer stehe ich mit dem farmrider vorne was zu meinem vorteil ist und auf 126 auf dem kuh nach elf und halb minuten ist eigentlich nicht so gut hätte besser sein können oder könnte besser sein ach noch mehr armor irgendwelche wünsche was gehen wir schon in den sack macht ja keinen schaden mann was soll das ja 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 der eine Warum nicht? Nein, ist nur eine Carry. What else? Wunder, stirbt jetzt. Hm, sind wir fast. Ich wurde mal bisschen... ...weitläuf...räumiger,läufiger, whatever. Ja, wie man das auch immer nennt. Ich steh' und krieg' ich auch. Ich wünsch' ich hätt'n 300 auf... 300 auf Q. Das wär' jetzt toll. Ach, machst du doch damage? Was geht denn mit der ab? Ohne Witz. Ja, was soll ich denn da machen? Oh, ernsthaft? Oh! Damals hab ich natürlich nicht gerechnet. Warum auch nicht, ne? Der hat natürlich nur 4-1 gehabt, grade. Und mir mit seiner Ulti hat der mich schon reingehauen. Fast 400. No problem. Das wird ja überhaupt nicht nervig. Überhaupt nicht, nein. Ach ja. Ich liebe es. Und da kommt die Sinn an und sind alle tot. Das ist so lächerlich. Das ist einfach nur so lächerlich. Wie kann man denn die Sinn nur so feeden, ey? Das ist so abartig. Wie kann man denn die Sinn nur so feeden, ey? Das ist so abartig. Wobei das auch nichts bringt mich zu hoch zu formen. Aber was soll's. Was? 05. Ja, nein. Das ist echt traurig. Einfach nur. Man kann ich dazu nicht sagen. Das war natürlich sehr gut, Jenny. Wo machst du soviel Schaden, alter? Ernsthaft? Warum? Ah, ich krieg dich nicht in 101, ne? Das ist so nett. Warum macht der so feeddamaged? Dem olden Scheiß. Das ist doch nicht normal. Ernsthaft? Warum? Warum? Ah. Warum, Nidalee? Warum? Warum, Ogana? Warum? Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Oh, da fällt jetzt da oben. Oh, was will ich da machen? Oh Mann. Oh, das hat gelitten. Ja komm, helft da rein Äh nein, da, Varus ist dicht, ist dicht Nein, ich werde nicht sterben Braver Nasus Das war natürlich jetzt mehr als knapp Es ist nicht mehr Ah, keine Ahnung, was ich bauen soll, ey, alle so gefiedet Wobei eigentlich wirklich nur Adel gefiedet ist Oh, du bist so dämlich, ey, du bist so dämlich Wer hat sich... Wer hatte das Spielbein gebracht, ohne Scheiß Das sollte genauso dämlich sein Ach komm Warum können die nicht einfach alle sterben gehen Bleibt mir nichts anderes üblich, also mich bei der Ruhe zu form Ah ja, ich bin doch weg Ich weiß nicht, wenn ihr das schon mitbekommt Dann könnt ihr auch mit hochkommen Oh nein Oh nein Der war natürlich gut Der war natürlich gut Wenn ich da hin bin Das ist nicht mehr Wie kann ich da hin Ich bin ja nicht mehr Wie kann ich hin is never in vorne witz man oh my god Morgana what the fuck oh my god na los ah komm die kriegt er jetzt wohl ich geh hier aber nicht mehr hinterher ja wir wollten ja nicht mehr in den Jader kommen ok damit hab ich nicht gerechnet hätten die es verfehlt oder haben wir gar nicht mehr verfehlt wäre definitiv Varus und Elise wieder gekommen und die wären alle gestorben aber ich sollte doch eventuell manchmal auf die skillshots meiner mate vertrauen ich mein ich bin auch nicht der beste skillshots aber aber wenn das so ist das gehen wir doch auf den Sack ich könnte eventuell... ne Elise ist unten total liebste Läder machen das ist echt der machen bleibt platt ja so viel dazu was spiel ich denn spiel auf Agide nein ich spiel glaub ich nicht auf Agide ne Abhinieder lehnen was denn auch sonst kann man ja auch mal gebrauchen spiel ich auf Agide ganz einfach ganz einfach ich glaube wir müssen Blubuff gehen ja genau das passiert hat genau das passiert hat ernsthaft ernsthaft auf der Renner FUG oh mein Gott bitte gehörn bitte gehörn bitte gehörn warum denn die alle so retarded rein das ist ein Gefieder der Harley Carry vor allem das Nidalee wenn die kein Damage macht das müsst ihr euch nicht verstehen sowas oder echt unglaublich unglaublich sowas ich nehmt einfach mal oh ich schon habe Schade Nein Aua So mir pusht er schön die ganze Zeit Toplanen Und da war ein Wort drin What else Hm Ist auch übelst geil dass wir überhaupt keine Wards auf der Map haben Und nur dauer keine sowas brauchen Krieg ich denn eigentlich was dauerhaft? Nicht wirklich Nein Nein! Doch! Soviel dazu! Sehr schön! Dass man hier alles carryen muss! Hust, hust! Ich höre, dass die machen echt nur AD Schaden! Jetzt hol ich mir jetzt noch Sunfire Cape! Ich hab nur zwei Plätze frei! Vielleicht Wormox und Thornmail, das wäre vielleicht ne gute Idee! Oder haben wir... Ne, haben wir nicht! Vielleicht Frozen Heart wäre vielleicht noch besser! Ich glaub, Frozen Heart ist besser! Na ja, gib em! Mach' schon nicht was wegg... Ach, Varus ist nicht Nassus! Do not try my patience! Und was anderes? Also der Varus hat keine Chance Oh Alter Lass mich rauszukicken hier mal, nur ne Scheiß Ich glaub's trotzdem No Kaplen, ich carry Warum bricht ich den nicht weiter? Oh, ist alle Flächen, Alter Wie wär's vielleicht mit dem hier? Habe ich den halt Ah, verdammt Ah, ist wohl nur Frozen Wenn wir erst Frozen Heart oder erst War Mox Das ist jetzt ne gute Frage Ach, Frozen Heart Das ist natürlich Wesentlich geil war ich mal Ja Und 20% Kulon Dann hätte ich 40% Yeah Amore benutze ich Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme diesen Support ein, das ist nicht ganz so klar, Alter Ach, ich spiel erst auf War Mox Obwohl Ha, ich weiß es nicht Ach komm, ich ne, ich spiel auf das hier zuerst Ja Ja Jemand Was ich meinst Mh, Baren gemacht Ziemlich Ich kämpf Ah So Ich habe mich gerade gemütet, ey Ich muss mal aushusten, ey Ich meinst jetzt, ich hab den übelsten Hustenreiz Ich weiß nicht woher er kommt Und er geht doch irgendwie nicht weg Könnten ja mal Dragon gucken Ich meine könnte Das stimmt zwar weg Aber Ja Okay es ist mein Fahnen Mit zuerst Vielleicht war er in der Tauer noch Tauer in 1117 Push shells Hotlane Ich meine ich soll denn eigentlich Fähig sein als zu viert Mal kurz zu treffen Ich mache genug Damage an dem Turm Ah ich habe hier zu viel verlangt von meinen Mates Haa die packen das ja wirklich Hier ging 5 noch Ah ok Okay jetzt hör ich doch mal Ah Schnell ich push weiter Ich bin beschäftigt Der Schiff hat sich verletzt. Da, für die Liebe, mein Gott. Der Schiff hat sich verletzt. Oh, irgendwas hat mich schon angegriffen. Ich glaube, ich hätte einfach nur in der Mitte durchgehen sollen. Oh, dich bekomme ich, dich bekomme ich. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht bekomme ich Top-Lane, wenn ihr folgen würdet. Oh ja, die bekomme ich auf jeden Fall. Das ist auch schön. What else? Ah, ich glaube, den sollte ich aufhalten. Ich meine, ich sollte da jetzt das schaffen, durchzufuschen. Und davon Slack. Okay. Na, jetzt schaffe ich nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich weiß nicht. Ich hab gesagt, ich bin nicht glücklich. Okay, ich bin fertig. Oh, fuck, du kehrt mich. Ja, die killt mich. Nein, die killt mich nicht. Jetzt war natürlich jetzt sehr viel Lack dabei. Sehr, sehr viel Lack. Also wenn die mich ignitet, dann ist das nicht lustig. Aber die macht trotzdem kein Damage. Das ist mein einziger Vorteil, dass die einfach keinen Schaden macht. Oh, ich kann auch einfach das scheiß Item aktivieren. Ich mach das nie. Das ist doch nervig. Das war ohne Witz. Nie mach ich dieses Item. Obwohl ich das hab. Ich glaube, dann wäre das noch nicht so knapp gewesen. Boah. Ist mein Ping so hoch? Drake wäre theoretisch ab. Aber ob wir den praktisch auch machen, haben wir was anderes. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal diesen Red Buff. Zack. No. Nur 7 und 5 und nicht damage. Wenig. Ich kriege den nicht mal 1-hit. Ich kriege den nicht mal 1-hit. Ich kriege den nicht mal 1-hit. Naja, ich weiß nicht wo ich hin soll. Du wirst sterben. Pfff. Natürlich auch. Du wirst sterben. Ach kommt Leute. Die pushen uns einfach weg. Vergiss es schön, vergiss es. Das lass ich dir nicht. Wie schnell du weg bist. Wie schnell du einfach abhaust. Ohne Witz. Erst übelts ausrasten auf der Lane. Dann so. Schon wieder. Was greifst du den an? Vor allem alleine. Das soll ich eher dazu sagen. Ach kommt Leute. Kann doch schon mal ernst sein man. Ohne Witz. Ah. Gettet das du lebst hier mein Fräulein. Vorne 100 Gold. Ohne Witz. Die Inhibitoren sind noch. Noch. Da. Haben zwei Inhibitoren. Alter. Inhibitoren frei. Ein sehr schwieriges Wort. Aber wir können nichts machen. Sonst pushen die uns durch. Ohne Witz. Naja. Ich push nicht weiter. Obwohl. Ah, ich hab einfach nur keine Vision. Ah, ich hab einfach nur noch keine Vision. 400. Ich bin dort Ich bekomme die Lüse Ich bekomme die Lüse nicht Natürlich Wohin Hm Sollten wir jetzt schon reingehen Leben ist Teil eines Sekunden Ach shit, der pusht uns halt nur nützlich Footlane durch Ah, kein Problem Ich bin nur noch da weggelegt. Es hat gesagt, die Leute. Nein, nein, nein. für kommt trotz 300 über 300 Armo so wie Damage und Turret das war natürlich das war ein schönes Game abgesehen davon dass wir einige Fights also das heißt feilen ja das war keine Teamfights das waren ja die ganzen Solo-Fights ey die waren echt nervig wenn man die gewonnen hätten wäre es was anderes aber wir haben die alle verloren nicht alle aber die meisten davon vor allem weil ja unser Support noch mal so alleine gegen die Alle-Carrier-Ringer naja trotzdem gewonnen dann ciao bis zum nächsten Mal